Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geek Talk Daily. Heute am Mittwoch, dem 4. Juli 2018, hört ihr die Folge 407. Die Themen, die ich heute mitgebracht habe, sind Treadfree, Google Mail, Android P, Super Mario Run und Velux Active App. Beginnen wir gleich mit Ikea, dem schwedischen... Ja, Herausforderer, der uns gestern leider geschlagen hat. Aber ja, nee, ich wollte was anderes berichten. Die Treadfree-Lampen, die haben nämlich ein Update erhalten. Und zwar nicht nur ein kleines App-Update, sondern auch ein Update der Firmware der einzelnen Elemente, die so damit in diesem Universum rumschweben. Das sind so kleine Dinge, die Performance, Stabilität und Lichtverbesserungen mit sich bringen und auch die Verbundenheit mit den ganzen Sprachassistenten sollen ein bisschen optimiert worden sein. Neu könnt ihr auch separate Türen und Paneelen eingliedern. Und es gibt eine Schaltfläche für das Zurücksetzen des HomeKit-Setups. Das werde ich nächstes Mal brauchen, denn ich habe mir vorgenommen, mal mein komplettes Smart Home runterzufahren und komplett wieder neu aufzubauen. Man hat ja sonst nichts zu tun. Es könnte einem ja sonst noch langweilig werden. Genau. Google Mail, das ging gestern ziemlich heftig durch die ganzen Seiten, die so im Netz rumschwirren und auch in den Zeitungen etc., News-Meldungen. Denn nachdem das der Facebook-Skandal mit den Daten war, gab es jetzt auch einen kleinen Skandal oder einen grösseren Skandal bei Google. Denn es ist nämlich so, dass Dritte eure Mails mitlesen können, wenn ihr auf den Dienst von Google bei den Mails setzt. Heißt, Google gibt da anderen Entwicklern die Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Das wurde ziemlich, ja, halt durch den Gacko gezogen, durch die Medien. Denn vielleicht sollte man dazu wissen, dass wenn man alternative Mail-Systeme, also bei Apple nicht, zum Beispiel Apple Mail oder bei Windows nicht das Windows Mail nutzt, sondern irgendwelche R-Mail etc. Dienste, die eben keine Two-Step-Verification oder O-Out-Token haben, dann gibt man denen die Berechtigung, dass die eure E-Mails lesen, senden, löschen und verwalten dürfen. Das heißt aber auch, dass die rein theoretisch, wenn sie es dann tun, eure Mails auf ihre Server zügeln können. Und das heißt dann so viel wie, ja, sie können eure Mails lesen, denn die liegen da auf ihrem Server. Wenn ihr also solche Apps und solche Dienste nutzt, solltet ihr vorsichtig durchlesen, was ihr alles für Zugriffsrechte erteilt. Wie gesagt, da gibt es deutlich bessere Lösungen als eben solche, die nicht über den Weg gehen. Und somit, also viel der Panikmache, die gestern und so weiter rausgegangen sind, das ist nicht ein generelles Recht, das Google daraus gegeben hat, sondern eben, ihr habt die Bewilligung gegeben, weil ihr solche Dienste nutzt. Bleiben wir gleich bei Google. Und die haben Neuigkeiten, nämlich das Android P, das kommende neue Smartphone-Betriebssystem für die elitären 1-2% unter euch, die das überhaupt nutzen können werden in den nächsten 1-2 Jahren. Da gab es ein kleines Vorab-Update oder ein Update auf die Vorab-Version, die Betas. Und da sind einige Neuerungen drin, vor allem neue Icons wieder mal. Google ist ja gut darin, bei jeder neuen iOS-Version, genau, bei jeder neuen Android-Version die Logos ein bisschen über den Haufen zu schmeißen. Es gibt ein neues P-Logo für das Betriebssystem selber, für die UI etc. Es gibt Anpassungen in der Navigation, im Theme, Dark, Light und automatisch wechselnde Themes. Auch bei den App-Wechseln, beim Wechsel von einer zur nächsten App und zum Beenden usw. Auch da gab es kleine Änderungen. Also, wie ihr hören könnt, einiges, vor allem Kosmetisches, was in der neuesten Version geändert wurde. Der Rest scheint schon relativ stabil so zu laufen, wie er sollte. Nintendo hat ja im Jahre 2016, so ziemlich gegen Ende des Jahres, 15. Dezember 2016, um genau zu sein, die Super Mario Run App rausgebracht. Vier Levels konnte man spielen und dann durfte man zahlen. Free to start quasi, wie man dem so schön sagt. Nachdem ihr eben die vier Levels durch habt, dürft ihr bezahlen. Da sind jetzt ein paar Zahlen daraus bekannt geworden. Von der Performance on Mobile hat Nintendo bekannt gegeben, dass es eben noch nicht so ist, dass es gewinnbringend ist. Und da gibt es ein paar Zahlen dazu. Wenn euch die genauer interessieren, lest mal rein auf tele.tiktok.ch, haben wir einen direkten Link dazu. Begonnen habe ich die heutige Sendung mit Smart Home, nämlich beim Tratt Free, wenn ihr euch noch erinnern mögt, von Ikea. Jetzt geht es weiter vom Schweden ein bisschen runter nach Dänemark. Velux ist ein Hersteller von unter anderem Dachfenstern und was also dazugehört, halt auch Schieberegler und Öffnungsmotoren etc. Und die haben im Januar diesen Jahres an der CES ein Kit vorgestellt, Velux Active App Kit, mit dem ihr euer Dachfenster HomeKit fähig machen könnt. Und zwar relativ einfach zum Integrieren, zum Einschliessen etc. Wird verknüpft mit dem Netatmosystem, heisst also Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit etc. wird darüber ermittelt und dann an eben die Schaltzentrale von den Velux Fenstern übergeben und entsprechend reagiert. Zusätzlich könnt ihr darüber auch das Dachfenster dann über Siri ansteuern. Finde ich echt cool, will ich haben. Velux hätten wir, der Motor fehlt und natürlich das Gadget dazu. Aber ja, mal schauen, vielleicht bald mal mit dem Testbericht dazu. In diesem Sinne, das waren es die News, die ich für euch heute hatte. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Euch einen schönen und vor allem erfolgreichen Tag. Und wenn alles klappt, würde ich mich freuen, wenn wir uns morgen wieder hören. Und da auch ziemlich sicherer wieder um 4 Uhr. Und eben nicht erst später. Entschuldigt nochmals für den kleinen Schluck auf, den es heute Morgen drin gegeben hat. In diesem Sinne, bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.